Hallo, ihr wunderbaren Krebsgeborenen und Krebsaszendenten. Herzlich willkommen zu eurem Horoskop Liebe und Leben im Juli 2018 mit eurer Astrologin Antonia Langsdorff, selbst Krebsaszendent. Und ganz herzlichen Glückwunsch an alle Geburtstagskinder im Juli. Trotz der beiden Finsternisse gibt es für euch im Juli immer wieder sehr schöne harmonische Konstellationen, ideal für einen inspirierten Urlaub und um neue, spannende Leute kennenzulernen. Falls ihr euch ein Geburtstagshoroskop mit den Tendenzen für euer neues Lebensjahr gönnen wollt, könnt ihr euch gern für eine Geburtstagsberatung bei mir melden. Ihr findet mich über meine Homepage oder mein Kundentelefon und die Infos verlinke ich unten in der Videobeschreibung und auf der Infokarte hier im Bild. In diesem Monat verlose ich eins meiner neuen Lilith-Bücher mit persönlicher Widmung, denn die Lilith ist jetzt in der dritten Auflage als Taschenbuch erschienen. Wie ihr an der Verlosung teilnehmt, das erfahrt ihr am Ende des Videos. Also bleibt dran! Jetzt schauen wir uns die Konstellationen im Juli an. Euren Erlebnishintergrund mit den langfristigen Tendenzen und welche Geburtstagskinder besonders wichtige Aspekte empfangen, diese Informationen findet ihr in meinem ausführlichen Jahreshoroskop und das gibt es als Video und ihr könnt es auch in meinem Buch nachlesen. Die aktuellen Sterne versprechen einige Aufregungen für euch, aber die Glücks- und Romantikplaneten stehen über weite Strecken günstig zur Krebssonne und auch aus eurem Freundeskreis kommen angenehme neue Impulse. Der Monat beginnt mit der Sonne in eurem Zeichen im Krebs und das ist gut für eure Vitalität und euer Selbstbewusstsein. Genießt gleich die erste Juliwoche, da bildet die Sonne auch sehr schöne Aspekte und wenn ihr Geburtstag habt und das Wetter es zulässt, solltet ihr draußen feiern, am besten in der Nähe eines Gewässers, denn das ist heilsam und anregend für die Seele. Perfekte Tage zum Feiern sind der 6. bis 8. Juli, wenn die Sonne in Harmonie mit Jupiter und Neptun steht und Samstag und Sonntag bildet dann der Mond im Stier auch noch einen sehr schönen Aspekt dazu. Venus und Merkur stehen jetzt im Löwen und zwar bei euch im Geldhaus und das sind auch gute Nachrichten. Bestimmt bekommt ihr schöne Geschenke und man bringt euch viel Wertschätzung entgegen und beim Shoppen findet ihr gute Schnäppchen und bekommt Rabatte. Allerdings steht gegenüber der Mars und der ist inzwischen rückläufig geworden im Wassermann und das kann einen Partner anzeigen, mit dem es Auseinandersetzungen darüber gibt, was ihr euch Neues anschaffen wollt. In der Hinsicht sind die Tage vom 3. bis 6. Juli etwas kritisch, aber wenn es erotisch zwischen euch stimmt, kann auf eine hitzige Auseinandersetzung auch eine leidenschaftliche Versöhnung im Bett folgen. Am 10. Juli geht die Venus in die Jungfrau und bildet dann bis zum 7. August einen freundschaftlichen Aspekt zur Krebssonne. Für den Rest des Monats steigen damit die Chancen, dass ihr spannende neue Leute kennenlernt, die sich auch langfristig als seriös und interessant erweisen. Am 13. haben wir dann den Neumond im Krebs, der auch eine partielle Sonnenfinsternis ist und bei euch eben im Zeichen steht. Allerdings steht er auch in Spannung zu Pluto und Lilith und das Ganze bei euch auf der Partnerachse. Jetzt ist es ganz wichtig, dass ihr eure Beziehungsthemen nicht in Machtkämpfe ausarten lasst. Es kann sein, dass euer Gegenüber den Finger bei euch auf einen wunden Punkt legt und unbedingt über Themen sprechen will, die unter die Haut gehen oder auch, dass ihr euch unter Druck gesetzt fühlt. Das müsst ihr nicht akzeptieren, aber ihr solltet darüber möglichst auch keinen Streit aufkommen lassen, denn ein Streit kann leicht zu einem Problem werden, was sich langfristig auswirkt. Wartet lieber ab bis zum 16. oder 17., denn eure übrigen Sterne stehen sehr schön und helfen euch, die Sache bald wieder in einem versöhnlicheren Licht zu sehen und liebevoll zu kommunizieren. Wenn allerdings in eurer Beziehung etwas im Argen liegt, kann es passieren, dass rund um den Neumond das Thema Trennung in der Luft liegt. Denn bei diesem Neumond geht es auch darum, von Vergangenem loszulassen, das uns bei der Entwicklung für die Zukunft behindert. Wenn ihr wirklich sicher seid, dass euer Partner euch nicht mehr gut tut, dann ist jetzt möglicherweise die Zeit gekommen, von der Partnerschaft loszulassen. Wenn es aber gut läuft, dann lasst ihr vielleicht einfach von einem alten Groll los oder seid in der Lage, eine alte Verletzung zu verzeihen und zu vergeben. Das hängt alles von den Umständen eurer Beziehung ab. Im Zweifelsfalle können wir sowas gut in einer Partnerschaftsberatung klären. Die Neumond-Meditation eignet sich, um genau darüber nachzudenken. Wie soll eure Partnerschaft aussehen? Wovon könnt ihr loslassen und auf was wollt ihr auf keinen Fall verzichten? So schafft ihr Platz für neue Impulse in der Partnerschaft oder ein neues Beziehungsglück. Am 22. Juli abends um 23 Uhr verlässt die Sonne euer Zeichen und geht in den Löwen und aktiviert dann für die kommenden vier Wochen euer kosmisches Geldhaus. In den Tagen darauf baut sich immer mehr kosmische Spannung auf, die schließlich am 27. Juli mit der totalen Mondfinsternis ihren Höhepunkt findet. Kurz zuvor, am 26. Juli, wird der Merkur rückläufig, ebenfalls bei eurem Geldhaus und zwar bis zum 19. August. In dieser Zeit müsst ihr auf euer Geld aufpassen. Wenn ihr zum Beispiel spontan Freunden Geld leiht, kann es für die kommenden beiden Monate schwierig werden, den Betrag wiederzubekommen. Die Sterne raten auch zur Vorsicht, wenn man euch hohe Renditeversprechen macht oder wenn vermeintliche Schnäppchen locken. Lasst euch davon nicht beirren, denn ihr habt eure Finanzen im Grunde gut im Blick. Auch auf der persönlichen Ebene kann diese Mondfinsternis für gefühlsmäßige Unruhe sorgen, denn immerhin ist der Mond ja euer Herrscher und ihr schwingt bei allen Neumondkonstellationen innerlich mit. In Verbindung mit dem Mars und weil ihr aus Saturn und Pluto und auch die Lilith in eurem Partnerhaus stehen, droht jetzt nochmal die Gefahr, dass ihr euch mit Beziehungspartnern Streitereien liefert, die langfristige Folgen haben können. Zum Glück sorgt die Venus einmal mehr für Ausgleich. Die steht jetzt im günstigen Aspekt zu Pluto und dadurch habt ihr ein recht gutes Selbstwertgefühl und lasst euch nicht so leicht provozieren. Außerdem gelingt es euch, liebevoll und wertschätzend zu kommunizieren. Konzentriert euch also ganz auf das Gute in eurer Beziehung und macht euch liebevolle Gedanken. Günstig sind die Konstellationen für alle, die jemand Neues kennengelernt haben oder auch eine neue Freundschaft begonnen haben, denn die steht bis September unter guten Sternen und ihr dürft euch berechtigte Hoffnungen machen, dass daraus etwas längerfristiges werden kann. Das waren eure Konstellationen im Juli. Falls ihr ein persönliches Anliegen habt, auf das ich hier in den allgemeinen Sternzeichenhoroskopen nicht eingehen kann, könnt ihr euch gerne für eine Beratung an mich wenden. Alle Infos dazu findet ihr auf der Infokarte hier und in der Videobeschreibung. Mein nächstes Webinar Antonias Sterne ist am Freitag, den 29. Juni um 17 Uhr. Da könnt ihr mir dann eine Frage zu eurem persönlichen Horoskop stellen. Da können wir zum Beispiel auch schauen, wie die beiden Finsternisse im Juli in eurem Horoskop wirken. Danach mache ich mit dem Webinar Sommerpause und es geht dann im September wieder weiter. Ich bin ganz stolz, dass mein Buch über Lilith, die Weisheit der ungezähmten Frau, jetzt in der dritten Auflage erschienen ist, neu und aktualisiert als Taschenbuch. Deshalb verlose ich diesmal eins der Bücher, natürlich mit persönlicher Widmung. Und so nehmt ihr an der Verlosung teil, postet mir hier einen netten Kommentar und abonniert meinen Kanal. Und ich freue mich auch riesig, wenn ihr meine Videos teilt, sodass sich auch eure Freunde über die Botschaft der Sterne informieren können. Zum Abonnieren einfach hier klicken, dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Zum Schluss möchte ich euch noch meine Specials empfehlen. Da geht es um Uranus im Stier, Chiron im Widder und Saturn im Steinbock. Und Ende Juli gibt es ein neues Special über Lilith im Wassermann. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.